Herrn Realschullehrer Michael Hauk, Mannheim-Baden, Hebelstraße 3. Mein lieber Schatz, wie lange muss ich denn noch warten, bis du die Gnade hast, endlich einmal nach deiner Frau zu schauen. Ich werde wirklich täglich magerer. Mein lieber Schatz, und es wäre wirklich doch mal der Mühe wert, endlich einmal nach mir zu schauen, ein Billett zu lösen und nach Heidelberg zu fahren. Von Tag zu Tag warte ich auf dich. Was ist denn los? Hast du denn kein Geld, um nach Heidelberg zu fahren? Aber dann schreibe mir bitte gleich. Oder bekommst du meine Briefe und Telegramme nicht? Simon hätte das sicher nie getan, seine Braut einfach dem Schicksal zu überlassen. Komm sofort herüber. Ich bleibe keine Stunde länger mehr hier. Soll Simon hierher fahren und mich abholen? Sage es mir. Dann schreibe ich Simon nach Karlsruhe. Tausend Grüße, Emma. Komm, 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 komm. komm, 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 komm. Wo ist mein Schatzi? Nimmer länger aushalten ohne dich. Will bei dir sein. Ganz. Ganz gleich komm. Komm. Komm, komm, komm. Weiß nimmer, was ich anfangen soll. Habe entsetzliche Langeweile. Weiß nimmer, was ich anfangen soll. Komm doch gleich. Weiß, dass ich dich liebhaben will. Komm, 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 mich liebhaben, mich liebhaben. Komm, komm. Komm, ganz gleich. Komm, komm, kommen. Kommen. In dieser Minute noch. Willst du mich haben? Schussili setzen will ich schon in der Bahn. Schauen, da ob niemand da ist. Mir Küssele geben. Noch eines. Noch eines. Noch eines. Noch eines. Komm. Komm, komm, komm. Du, ganz gleich komm. Komm, komm. Kommen. Küssele haben. Komm. 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 Emma.